Hallo Skatfreunde, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, und vor allen Dingen freue ich mich riesig über inzwischen fast 500 Abonnenten auf YouTube, das ist ja wirklich sensationell, und da bleibt ja eigentlich nur die eine Frage, schaffen wir auch die 1000? Und vor allen Dingen, wann schaffen wir die 1000? Wenn ihr also frisch dabei seid, mit einem Klick verpasst ihr hier nicht nur kein Video mehr, sondern ihr macht mir auch eine große Freude, und dann kann ich mich jetzt auch schon wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Ich habe heute eine recht knifflige Geschichte mitgebracht, gläserne Karten, das ist die Fähigkeit, gewissermaßen durch die Karten der Mitspieler hindurchzuschauen und sich eine gesamte Verteilung zu erschließen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber zum Glück ist Skat ein sehr logisches Spiel, und da lassen sich eine Menge Schlussfolgerungen aus den gefallenen Karten ziehen, und da habe ich heute ein Beispiel mitgebracht, an dem können wir das Ganze mal von A bis Z durchexerzieren. Zusätzlich gibt es hinten raus noch eine knifflige Endspiel-Situation, also ich denke, die Verteilung hat wirklich alles, was das Gard-Herz begehrt. Wir schauen gemeinsam in die Karten von Hinterhand, und ich kann schon eure langen Gesichter erahnen, wenn ihr so ein mieses Blatt jetzt auch noch länger betrachten sollt, doch es nützt ja nichts, auch diese Karten wollen gespielt werden, und deswegen führen wir uns das Ganze jetzt sogar gleich zweimal zu Gemüte, einmal im Schnelldurchgang, wie es auch am Spieltisch ein üblicher Verlauf wäre, und danach nochmal in aller Ruhe mit allen Schlussfolgerungen, die sich ziehen lassen, und den sich daraus ergebenden Konsequenzen. Mittelhand war bei 18 Alleinspieler geworden und spielte Pik, der Gegenspieler in Vorhand öffnete mit dem Herz Ass, was vom Alleinspieler mit der Lusche bedient wurde, und auch der Spieler hier in Hinterhand bediente natürlich mit dem Herz König 15 Augen für die Gegenpartei. Es kam Herz hinterher, diesmal schnappte sich der Alleinspieler den Stich und Hinterhand musste mit der Dusche bedienen. Wenig überraschend wurde nur Tumpf gespielt, und mit dem Herz Buben konnte der Karo Buben mitgenommen werden. Vom Partner fiel der Tumpf König auf Metz 23 auf. Der Spieler hier spekulierte darauf, dass Kreuz die Stechfarbe des Alleinspielers sei, und diese Annahme stellte sich als absolut korrekt heraus. Der Alleinspieler stach den Kreuzkönig mit dem Trumpfass. Wieder folgte der Trumpf, zum Glück klein, sodass hier die Pik 10 nach Hause gebracht werden konnte. Zusammen mit der Pik Dame machte das jetzt schon 36 Augen, und der Spieler war wieder dran und setzte erneut ein Kreuz fort. Kreuz Lusche, Kreuz 10, ließ sich der Alleinspieler natürlich nicht entgehen, stach ein weiteres Mal und setzte erneut mit Trumpf fort. Diesmal konnte von hier nur noch die Trumpf Lusche kommen, und der Partner nahm den Kreuz Buben raus, auf inzwischen 38 Augen, um dann den siebten Herz, Herz Dame, zu spielen. Nach Leinspieler wurde Karo Lusche abgeschmissen, das war natürlich eine gute Gelegenheit, um das Kreuz Ass unterzubringen, auf inzwischen 52 Augen. Nun folgte Karo 7, und hier wurde sogar noch ein weiterer Stich gemacht, Karo Lusche, Karo Dame, mit dem Karo König. Allerdings, das haben wir nur mitgezählt, es hat nur für 59 gereicht, denn im letzten Stich schnappte sich der Alleinspieler mit dem Karo Ass noch die Karo 10, und gewann sehr glücklich hier dieses durchwachsene Spiel mit 61. Es folgt die übliche nachträgliche Analyse, die könnte etwa wie folgt aussehen, der Alleinspieler hat Glück gehabt, erstens, dass das Herz Ass auf den Tisch kam, zweitens, dass die Trümpfe so glücklich 3 zu 3 verteilt waren, und drittens, dass dann auch noch die Karo 10 vor ihm stand, da konnten wir nur wirklich nichts machen, da hat er einfach Glück gehabt, nächstes Spiel, und weiter geht's. Nun kennt ihr mich inzwischen natürlich gut genug, als dass ich es damit bei nicht bewenden lasse, da ist das letzte Wort natürlich noch nicht gesprochen, und vielleicht hat es euch ja im Spielverlauf auch schon in den Fingern gekribbelt, und ihr wolltet irgendwo eine Bemerkung abgeben, wenn das so ist, wenn ihr irgendwo schon anders gespielt hättet, wenn euch da irgendwas aufgefallen ist, schreibt es hier gerne bei YouTube in die Kommentare, und dann schauen wir uns das Ganze jetzt in aller Ruhe nochmal von vorne an. Am Anfang von so einem Spiel in der Eröffnung, da haben wir natürlich noch sehr wenige Informationen, da kennen wir auch überwiegend unsere eigenen Karten, aber das ist auch noch gar nicht so wichtig, hier müssen wir an sich auch das große Ganze noch nicht zusammen kriegen, sondern können erstmal ganz in Ruhe die ersten Stiche spielen, und daraus ergibt sich dann alles weiter. So zum Beispiel hier ganz klar auf das Herz Ast von unserem Partner legen wir natürlich die höchste Karte, den König, und schon im zweiten Stich klärt sich die Karte ein bisschen, der Alleinspieler hat hier die Herz 10 nach Hause, wir können schon mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, das uns natürlich interessiert, wer wohl den letzten, den siebten Herz noch hat, erstmal geht es aber hier mit Trumpf weiter, und die Trumpfzüge sind gerade die, die besonders viel über die Karte typischerweise verraten. Der Karo Bube, hier von uns mitgenommen mit dem Herz Buben und von unserem Partner mit dem Pik König gelegt, der sagt uns doch schon ganz sicher, dass unser Partner noch einen dunklen Buben haben muss, denn dass der Alleinspieler mit Kreuz, Pik, Karo Bube und dem Trumpf Ast, was er wahrscheinlich auch noch führt, hier nicht von oben zieht, das gibt es so gut wie gar nicht. Jetzt kommt unsere erste aktive Rolle in dem Spiel, wir müssen uns die Fortsetzung überlegen, und die Annahme, dass bei der bestellten Herz 10 und unserer Schwäche in Karo jetzt kreuz die Stechfarbe des Alleinspielers ist, die ist ja relativ logisch, und entsprechend wenig überraschend tut uns dieser Einstich. Jetzt kommt der fünfte Stich, es liegt wieder Trumpf, Trumpf Lusche, Trumpf 10, Pik Dame, und das ist der Moment, wo sich für den geübten Spieler die komplette Restverteilung erschließen lässt, zumindest alle wichtigen Karten im Spiel sind jetzt definiert, und entsprechend ist auch schon klar, das Spiel kann geschlagen werden und es gibt eine dafür entscheidende Karte. Wie kommen wir jetzt also zu diesen relativ weitreichenden Schlussfolgerungen? Wieder geht es hier über Trumpf, und anhand der Trumpf Dame lässt sich natürlich nun erkennen, dass es sich hier maximal um einen Fünftrumpf verhandeln kann, denn den dunklen Buben haben wir ja schon im ersten Trumpfstich unserem Partner zugerechnet, aufgrund dieses Stiches können wir wohl sogar erahnen, dass der Kreuzbube bei unserem Partner sitzt. Genauso sicher ist eigentlich inzwischen, dass der siebte Herz nicht beim Alleinspieler stehen kann, denn dafür müssen wir jetzt einmal das Gesamtbild der Hand des Alleinspielers vor unserem inneren Auge uns hervorrufen, und dann werden wir erkennen, wenn der Alleinspieler die Herz 10 zu dritt hat und die beiden Buben und das Pik erst zu dritt, dann hätte er doch wohl hier ein Herzspiel gespielt und nicht den Pik. Also kann er an sich die Herz 10 nur einfach besetzt haben, fünf Trümpfe, kein Stück in Kreuz, er muss also drei Karos an der Seite haben. Weiterhin ist so gut wie ebenso klar, dass das Karo Ass sich auch beim Alleinspiel befindet, denn mit der gleichen Begründung kann er nur das Karo Ass haben, wie er nicht den dritten Herz haben kann, wenn er das Karo Ass nicht hätte, dann hätte er sicher den fünf Trümpfe in Karo gespielt und hätte das Pik Ass in der Beikarte behalten. Der Alleinspieler steht also auf dem, auf noch zwei Trümpfen, mit einem dunklen Buben und dem Karo Ass zu dritt, und die letzte Frage, die sich jetzt noch stellt, wo ist die Karo 10? Wir können relativ stark davon ausgehen, dass unser Partner die Karo 10 hat, denn sonst wäre es hier sehr wahrscheinlich gewesen, dass der Alleinspieler jetzt mal den Karo Doppelläufer abzieht, nachdem er hier stechen musste, denn droht natürlich, dass auf den siebten Herz sonst Karo abgeschmissen wird und seine beiden Vollen nicht mehr laufen. So weit so klar, was bedeutet das jetzt hier fürs Nachspiel? Man könnte tatsächlich sogar schon mal auf die Idee kommen, hier die Pik Dusche zu spielen, sollte jetzt allerdings wieder erwarten, der Alleinspieler doch den Kreuz Buben haben, dann verschaffen wir ihm damit das nötige Tempo, also das Recht auszuspielen, um den Stich rauszunehmen und sich den dritten Karo noch hochzuspielen, er würde dann Kreuz Ass und 10 trotzdem bekommen. Aus diesem Grund die Fortsetzung mit Kreuz 8 überhaupt nicht schlecht. Welcher Kreuz hier fällt, das wissen wir natürlich noch nicht so genau, auf jeden Fall ist aber aufgrund der genannten Tatsachen auch klar, dass zwei Kreuz gedrückt sein müssen und es ist, hier fällt die Kreuz 10, was wiederum bedeutet, dass Kreuz Dame und Lusche gedrückt sein müssen. So, der Alleinspieler sticht hier mit dem Pik Buben, das ist natürlich klar und spielt jetzt seinen letzten Trumpf raus. Da brauchen wir natürlich ein bisschen die Übersicht, dass wir auch schnell sehen, aha zweimal gestochen und drei komplette Trumpfrunden gespielt, alle Trümpfe sind jetzt raus und natürlich kommt jetzt auch der siebte Herz von unserem Partner. Die Karte hat sich ja schon komplett erschlossen, insofern drehe ich sie jetzt hier auch einmal um, der Alleinspieler sitzt hier auf dem Karo Ass zu dritt und unser Partner auf der bestellten 10, der Alleinspieler kann nur abschmeißen und hier sind wir jetzt im achten Stich, mal wieder der berühmte achte Stich und die Schlussfolgerung hier das Kreuz Ass zu wemmeln, weil es unser Stich ist, die hat natürlich hier nicht zum Sieg geführt und genauso fatal wäre es auch hier den Karo König zu wemmeln. Es gibt tatsächlich, so wie wir die Karte jetzt hier offen sehen und aufgrund der Faktenlage, wie sie erläutert wurde, hier nur einen gewinnbringenden Zug und das ist tatsächlich jetzt hier die Karo Lusche zu schmeißen und den Schutz des Karo Königs gewissermaßen einmal mehr zu aktivieren, denn jetzt ist der Alleinspieler Schachmatt gesetzt. Auf die Karo Sieben kann er jetzt keinen Gewinnzug mehr finden, er muss wohl er wird es an dem Abwurf der Karo Lusche schon erkennen können, muss vielleicht jetzt hier spekulieren, dass hinterher an sich die Karo 10 blank geschmissen hätte, was allerdings kein guter Zug wäre, und hier rausnehmen, jedenfalls wenn er die Karo Dame legt, dann wird auch für ihn erkennbar es keinen weiteren Stich mehr geben und er bekommt noch weniger. So bleibt er hier auf jeden Fall deutlich vor 60 stehen und unser Kreuz Ass, es ist uns nicht weggelaufen, wir bekommen es allerdings mit dem weiteren wichtigen und entscheidenden vollen und das ist hier die Karo 10. Da war sie also wieder, die Entscheidung im achten Stich, das war nicht das erste Mal, auch das ist ein ganz typisches Muster, dass euch dieser achte Stich als Gegenpartei die letzte Möglichkeit bietet, mit einem guten, mit einem präzisen Zug dem Alleinspieler noch ein Schnippchen zu schlagen. Was können wir noch mit rausnehmen aus dieser Aufgabe? Ihr habt mich das ein oder andere Mal schon gefragt, wie machst du das mit dem Mitzählen der Punkte, der Karten, die raus sind und der ganzen Trümpfe? Gibt es da eine Technik, um sich das zu vereinfachen? Also es ist natürlich schon Konzentrationssache, ja, aber auch ein bisschen Technik, das konnte man hier vielleicht sehen, die Trümpfe zum Beispiel als Gegenpartei mitzuzählen, das muss man sich ja nicht so kompliziert machen, wenn man selber nur drei hat, alle acht fehlenden Trümpfe einzeln nachzuhalten, stattdessen bietet es sich da wirklich an, so in dem Gesamtbild zu denken, also was für ein Muster habe ich hier, spielt der Alleinspieler ein Siebentrümpfer, ein Sechstrümpfer, ein Fünftrümpfer, das ergibt sich häufig schnell aus den ersten Trümpfzügen und dann lässt sich daraus einfach dieses Gesamtbild erkennen und aufgrund der Anzahl Trümpfe wird ja auch schnell klar, wie viele Karten in den Fehlfarben der Alleinspieler noch haben muss, so könnt ihr dann eure Abschlussstrategie planen. Dann sind wir wieder am Ende, ich freue mich, dass ihr dabei wart, ich freue mich über euer Abo, ich freue mich über den erhobenen Daumen, jetzt, jetzt, jetzt und ich freue mich schon auf nächste Woche, bis dahin, gut bleibt!